Wir haben was verteilt. Es fällt die schöne Blume. Es hat geklappt. Weiße Blüten sind verteilt. Ja, du hast es gesagt. Ich hab nie gehört, ihr widerlichen Schrei. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Psycho-Blumen, Alter. Hier in einem weißen Pulver erhalten. Er kann die Medizin aber nicht nehmen, weil... Dude, bist du uns fremdgegangen? Wer ist das da neben dir? Zeig mir, wer diese Schlampe war! Na ja, gut. Okay. So, aber du brauchst irgendein Bräuchchen oder so. Irgendwann stöhnt dahinter. Das weiße Pulver. Habe ich. Klein wenig, bitte. Irgendwann stand das weiße Pulver. Gitterstäben. Hey, gib das her. Und schnupft es. Habe ich nichts ohne S. Ohne S kann ich das nicht verwenden. Ohne, ohne S. So ne Schüssel, oder? Ich weiß nicht. Jedenfalls kann man... Das ist der Vogel, der ist... Bitte scheint lose zu sein. Jetzt muss es... genau. Etwas unsichtbares. Es ist immer etwas unsichtbares. Ähm... Auch wenn ich auf Null drücke, kann man das hier auch öffnen. Alter. Guck mal, da ist der Schatten des Vogels. Siehst du ihn? Jaja, ich seh. Der Schatten. Holy shit, Alter. 15 Sekunden. Der Raum ist vergiftet. Das war auf der linken Seite, auf der linken Seite, auf der linken Seite. Kann ich rennen? Es war auf der linken Seite. Irgendwo in diesem Bücherregal war das glaube ich. Nein. Äh, wir können es nicht lesen. Shit. Diese Tasten da rechts. Mann. Ich sag doch links. Rechts meine ich. Einfach ist es leer. Um das Buch nachlesen, glaubst du, wir schaffen das 30? Äh... Nein, ich glaub nicht. Ich glaub, das ist so eine Falle. Wenn man das liest, dann hört es nicht mehr auf. Warte? Na... Speichern und testen. Kapplose Schuhe. Mit farblosen Schuhen. Mit farblosen Schuhen. Also Glasschuhe wahrscheinlich. Da kann man über das Gift laufen. Es war mal ein Krieger. Zerstört oder? Vorne rechts, äh... Warte. Vorne rechts, vorne links, vorne rechts, vorne links. Die Zeit wurde da angehalten. Diese hab ich so einig gehabt. Das ist das Ritz mit den Schädeln. Und wir haben jetzt drei Schädel. Die war grün verfall gewesen. Oh nein, wir werden... Du hast doch das winkt. Die Schädel halte ich ins Wasser zurück. Oh, ich hasse das. Weißt du noch? Wie lange haben wir an diesem Ritz hier gesessen? Ein Hebel. Nichts passiert. Nein, der kommt... Das war mein Handy. Wie viele Schädel hast du? Drei nur. Drei. Drei. Ja. Schädel drei, ja. Einer fehlt uns mal. Wir müssen sie... Irgendwie... Hier. In eine alte Vase. Hineinfassen. In diesem Haus keine gute Idee, aber... Da liegt ein Schädel drin. Da liegt ein Schädel drin. Jetzt haben wir vier, ne? Ja. Okay. Also wir gehen ganz... Warte, ich muss kurz... Kannst du die Schädel umdrehen? Also... Rollen? Ja. Nach vorne, Richtung, nach hinten. Oh Gott. Du musst von oben anfangen. War das nicht so? Von oben? Also... Was war das jetzt gewesen? Vorne... Vorne? Vorne, rechts, links. Vorne, rechts. Und dann zurück? Oder was war das? Oder was war das? Bei den Schädeln? Du musst du schauen. Bevor wir gleich drei Milliarden Jahre brauchen. Du kannst mir auch schnell aufschreiben. Das wäre eine gute Idee, ja. Oh, weißt du noch... Weißt du noch... Weißt du noch deinen Notizblock... Dingens? Hier, der einen halben Meter groß war. Ja klar, da oben sind ganz viele. Wer ist denn? Wer ist denn? Ach, mal den meinst du? Ja. Den haben wir voll gekritzelt bei diesem Spiel. Aber hässlich. Ist doch... Der war... Der war richtig voll. Die eine Seite sah richtig cool aus, auch irgendwie, ne? Die Zeit wird angehalten. Ja. Okay. Es war einmal ein Krieger. Dein Land wurde zerstört und er wurde dabei getötet. Aber er bemerkte weder das eine noch das andere. Von seinem Tode... Von Zentrum. Von Zentrum aus von der Mitte aus. Vorne, rechts, links. Vorne, rechts, links. Vorne, rechts, links. Vorne, rechts, links. Wow, super. Okay, geht zurück. Ich glaube, ich weiß es. Vom Zentrum aus ist die Mitte. Stimmt, wir müssen den Köpfen folgen. Von der Mitte aus. Das geht dann einmal so rund? Genau. Ich weiß, ich weiß... Ja, okay. Ich hab zurück. Oh! Die Zeit läuft, die Zeit läuft! Ich weiß, ich bin beim PokéMMO in Gedanken noch, weil da hab ich die Steuerung auf WSAD gelegt. Ich finde auch ganz sehr cool, um zu bestätigen. Vom Zentrum aus. Vorne, rechts, links, vorne, links. Also. Vorne, rechts. Also vorne und der Erste, der nach rechts geht, ist... Oben? Oder links? Warte, wir müssen in der Mitte anfangen. Ganz in der Mitte. Ich weiß. Das wäre dann... Wer muss mal vorne zeigen? Warte doch, warte doch! Ist mir egal, ob du schon einmal durchgegangen bist. Ist mir egal, ob du schon einmal durchgegangen bist. Der in der Mitte zeigt nach vorne. Der darüber zeigt nach rechts. Der daneben zeigt nach links. Und dann wieder nach... Der unten zeigt nach vorne. Rechts, links, vorne, rechts, links, vorne, rechts, links. Und der muss nach vorne dann. Ja, danke. Hallo. Die Verderberan. Warte, man muss ja auch noch den... Ich glaube, ihr macht das gerade falsch. Nein, vorne, rechts, links, vorne. Das haben wir das letzte Mal doch auch gedacht. Wir sind aber nicht auf die Idee gekommen, von der Mitte aus... ...los zu gehen. Wieso haben wir das nicht gedacht? Stimmt. Ich glaube bloß ist falsch, aber okay. Und wieder vorne. Vorne, rechts. Und was wetten wir? Ein Monster Energy. Vorne, rechts, links. Du schuldest mir eh noch einer. Was? Glaube ich. Weiß es nicht. Als wir das letzte Mal so unterwegs waren... Als du mir... Einen Tag vor meinem Umzug... ... warst du bei mir. Und du hast zwei gekriegt. Und du hast zwei gekriegt. Echt? Ja. Oh. Okay. Mein Kühlschrank war voll damit. Ein Hebel. Kommt jetzt ein... Kommt jetzt nicht der Schädel? Ja, irgendwas kommt jetzt, was uns... ... töten möchte. Du musst einmal rumlaufen. War das nicht so... Vielleicht musst du zurücklaufen. Vielleicht musst du zurücklaufen. Oh, das kommt uns hinterher. Ich wusste es. Oh, das war ein Topskin. Alter. Oh, ich bin voll zusammengezogen. Holy shit. Oh, mein Papa ist tot. Was? Auch Kaulkwappe. Das sind die Kinder des Frosches. Ja. Oh mein Gott. Das sind die Kinder des Frosches. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, einfach so mein Wunsch auf! Was sind die Kinder, das Frosche? Sie kommen doch mehr. Okay, wir machen eine Aufnahmepause mit dieser traurigen Fähne. Das wird kaum klappen. Mach weiter. Nein, nein, ich brauch ne ganz kurze Pause, 5 Minuten. Und ich muss auf den Klo. Und bei diesem Spiel mit Haarndragen zu zocken, ist keine gute Idee. Never. Das sagt sogar die Westside von Witch House. Na gut, so ein großer Schreckmoment war das jetzt nicht, weil ich wusste, was kommt, aber trotzdem... Für mich war es ein Schreckmoment. Ich weiß, darum würde ich doch das Wunsch ein bisschen sagen. Ob das wie oft du gestorben wärst. Ich wusste ja, dass da was kommt. Beim ersten Mal haben wir irgendwie... 5 Mal gebraucht. Der erste wurde beim Flur gekillt. Beim zweiten Mal wurden wir gekillt, als wir in den Raum reingegangen sind, weil wir dachten, der kommt nicht nach. Und dann beim dritten Mal, als wir versucht haben im Kreis zu laufen und es nicht geschafft haben. Beim vierten Mal, als wir wieder zurück im Flur waren und dachten, so, jetzt ist er weg. Und dann kamen wir trotzdem nochmal. Und dann beim fünften Mal haben wir es dann irgendwie geschafft. Egal! Dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oder bis gleich, je nachdem wie ich schneide. Bis danni! Bis dann auch.